Ich habe mal wieder ein wunderbares Paket bekommen und zwar vom guten Pit. Herzlichen Dank an dieser Stelle, er hat gemeint, er hat mal wieder ein paar tolle Entdeckungen gemacht auf seinen Flohmarkt-Touren und möchte mir und auch der Community etwas zukommen lassen. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal Pit, absoluter Wahnsinn, was du hier schon alles aus eigener Tasche beigesteuert hast und auch weitergereicht hast. Also das ist nicht selbstverständlich. Herzlichen, herzlichen Dank. Ich finde, diese Aktion allein verdient schon mal wieder einen Daumen nach oben und wir gucken uns jetzt selbstverständlich an, was sich denn hier drin befindet. Hakan ist wieder aufgetaucht, vorbei seine Einsatzzeit hier als Türsteher und wie man sehen kann, hat er wieder erste Anlaufschwierigkeiten, muss sich erstmal in den Job wieder einfinden, aber das ist auch komisch zusammengeklebt. Hier muss ich sagen, aber besser so, als wenn es unterwegs beim Transport aufgeht, nicht wahr? Dieser Tage, wenn man sich das anguckt, wie die Pakete behandelt werden, sind nicht alle solche Liebhaber wie wir hier. So, dann machen wir das einmal hier noch auf. So, wunderbar. Ja, perfekt. Jo, und auch gut geschützt. Gott sei Dank, der Pit kennt sich halt schon aus. Weil wie er weiß, was der Manuel für ein Held ist. Dann mache ich das einmal so auf. Stell das hier rüber. Und sehe, dass es richtig voll ist mit Movies. Ah, einen kleinen Platzhalter haben wir auch drin. Das lege ich zur Seite und siehe da. Richtig viele Filme am Start. Also, ich lang mal hier rein. Sehe Blu-rays und DVDs. Einige Sachen auch noch. OVP, ja, Wollingen. Ich muss beim Pit nur immer gucken, weil der hat ab und zu auch mal ein paar Sachen dabei. Ja, da geht es schon los. Die ein bisschen, ja, okay. Die ein bisschen, jo, in die härtere und auch explizitere Darstellung gehen. Das geht noch. Was nehmen wir, die Sachen können wir hier mal zeigen. Und beim Rest, ja, das gibt es dann einfach so dann zum Paket mit dazu. Hier haben wir CY Warrior Special Combat Unit. Scheint so ein bisschen Cyborg-Verschnitt zu sein. Sieht man auch hinten auf der Rückseite. Dachte zuerst, das ist ein Computerspiel. Aber gut. Dann haben wir Krampus. The Christmas Devil Returns. Okay. Also Weihnachtsforro-Filme gehen ja eigentlich immer. Zurzeit passt ja auch noch das Wetter dazu. Also das ist in Ordnung. Legen wir hierzu die Blu-rays. Phantom Mars haben wir dann hier. Fantastisch. Habe ich schon komplett alle Teile in so einer Box. Kann ich definitiv weiter reichen. Da schnühe ich dann wieder ein tolles Paket für euch. Das wird passen. Und dann haben wir die Geschichte der... Oh. Die komplette Serie. Oh, 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 oh. Sieben Stunden Laufzeit. Also so schaut das Ganze aus. Scheint ein fesselndes Erlebnis zu sein. Auf jeden Fall. Dann haben wir noch Five Seasons hier. Das ist richtig krass von der Zeigefreudigkeit. Und ja, hier haben wir nochmal einen Film. Weltweit längste Fassung. Ein Film von Joey D'Amato. Ihr könnt jetzt raten, was es ist. Ich zeige es vielleicht vom Spine her, wenn er das hinkriegt. Und so, komm, vielleicht geht es, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. So, dann passt es. Dann gucken wir mal hier einfach weiter. Die spektakulärsten Verbrechen. Erleben Sie die größten Coups der Polizeigeschichte und lernen Sie die Drahtzieher und Hintergründe kennen. Okay. Scheint so eine Crime-Doku oder so zu sein. Finde ich immer spannend. So Sachen, die auf echten Verbrechen basieren. Ghosts haben wir hier dann noch. Ah, okay. Nicht schlecht. Ein Geisterfilm. So. Was haben wir noch? Inception. Geil. Richtig, richtig, richtig geil. Habe ich auf Blu-ray im Steelbook. Wandert dann natürlich in ein Paket für die Community. Das hat er auch gesagt. Manuel, gib das ruhig weiter. Mache ich auch hier drei Bengel für Charlie und drei Stängel für Charlie. Volle Power. Jo, hier Double Movie Pack. Nice. Kommt auch hierher. Was haben wir als nächstes? Van Damme. Harte Ziele. Passt ja zu. Drei Bengel mit oder Stängel für Charlie. Er hat auch harte Ziele. Allein gegen alle. Eigentlich hieß es doch immer fünf gegen Willi. Aber ist ja völlig wurscht. Wir driften ab hier. Also harte Ziele hier mit Rockload Van Damme. Sehr schön. Dann. Oh. Ja, ich glaube, das können wir noch das Zombie-Elixier. The Wine Yard. Vorderseite geht noch. Im Rahmen. Legt nochmal hier hin. Oh, cool. Aladdin mit Will Smith. Ja, sehr schön. Habe ich im Stierburg. Wandert dann auch in ein Paket. Vielleicht. Ich habe nämlich noch ein Paket bekommen. Vielleicht mache ich da zwei Dinge für die Kids auch ein bisschen was. Die Kleinen unter uns sollen auf jeden Fall auch versorgt werden. Da hat der Manuel ja auch einige Fans. Grüße gehen raus. Speziell an Prinzessin Munster, die das hier wahrscheinlich nicht sehen darf. Aber trotzdem. Return to a Better Tomorrow haben wir hier noch. Sehr geil. Special Uncut Edition. 111 Minuten. Deutsche Fassung. Cool, 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 cool. Was haben wir noch? Night of the Apocalypse. Den habe ich zuletzt bekommen. Den kann ich dann in der Version weitergeben. Das passt. Herzlichen Dank. Grüße gehen raus an Ivan. Guck mal, der trägt auch eine Käppi jetzt von mir. Warte, wenn ich meine Käppi so mache. So. Dann passt's. Dann, was haben wir noch? Cyberjack. Ist ja geil. Alter, den habe ich ja tausend Jahre nicht gesehen. Michael Dudikoff haben wir hier. Geil. Directors Cut. Erstmalig in der 8 Minuten längeren Version. Ho, ho, ho. Da sind ein paar richtig geile Sachen mit dabei. Hey, geil. Halloween Monster Box. Geiles Cover. Was haben wir denn drauf? Oh, cool, Alter. Invitation Lighthouse. White Zombie ist auch noch mit dabei. Okay. House on Haunted Hill. Ich zeige euch mal das hier. So schaut das aus. Dann drehe ich sie mal um. Das kann man nämlich noch zeigen. Sehr schick. Sehr schick. Zu White Zombie wird es wahrscheinlich noch ein Video auf meinem Kanal geben. Wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann haben wir hier noch einen Horrorfilm. Und zwar Another Soul. So. Also, wunderbar. Hier haben wir wieder einige Filme am Start. Ich werde nochmal nachgucken, was ich alles habe, was ich brauchen kann, was nicht. Und der Rest wandert sowieso dann wieder an die Community. Und auch, was jetzt nicht unbedingt meinem Geschmack entspricht, das reiche ich selbstverständlich auch an euch weiter. Ist doch logisch, ist doch klar. Von der Community, für die Community heißt es doch immer so schön. Und an dich, Pit, nochmal vielen herzlichen Dank für diesen Stapel toller Filme. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, meine Freunde. Auf bald, macht es gut, bleibt gesund und Servus.